gibts kein mel, gibts kein hef, gibts halt ein käskuchen und diese machen wir ein bisschen einen kleineren, einen 18 cm durchmesser habe ich hier eine springform die fette ich mir schon mal ein mit ein bisschen butter und dann habe ich mir natürlich wieder ein kleines kreischen geschnitten aus meinem backpapier und das kommt dann da oben rein, beziehungsweise erst mal den pinsel raus und das passt wieder einmalig als springformverlängerung gibt es einen tollen trick, warte mal dann nehmen wir uns zwei blätter backpapier und die legen wir so schön ordentlich übereinander vor allen dingen ordentlich weil die tue auch noch mal so ordentlich ist so los geht es mit dem ersten drittel falten, nochmal falten einmal umdrehen und dann noch einmal 1 cm nach innen schlagen und schon haben wir eine tolle manschetten aus backpapier und die drehen wir uns jetzt noch einmal um dann packen wir das innere stück und ziehen das hier so ein bissl raus nach der dreierregel eins zwei drei und schon haben wir ein gleiches dingelchen und jetzt brauchen wir einen becher oder ein glas irgendwas glattes eine büchse habe ich leider nicht weil ich mache keine hamsterkäufe und die legen wir hier oben dann drauf und dann wickeln wir unser becherle unser glas oder die büchsen einfach da so rein hier seht ihr oben an der öffnung das gefalzte noch das letzte was wir gemacht haben langsam vorsichtig rum wickeln und dann zack rein in die springform einmalig platziert und jetzt machen wir uns dann gleich mal an den teig und dafür trennen wir uns erst einmal zwei eier und die eigelbe die tun wir dann gleich da rein in den quark und jetzt machen wir uns aus dem eiweiß mit ein bissl salz einen eischaum und der eischnee ist schon fertig guck mal der steht immer so richtig schön da in dem pinsel drin da in dem pinsel in dem pinsel das ist doch kein pinsel das ist doch ein schneebesen mensch aber so ähnlich halt tun wir mal den schnee bissl weg der schnee der eischnee und dann tun wir den quark da rein da sind ja schon die eigelbe drin dann geben wir noch ein bissl sahne dazu ein ganzes ei ein bissl creme fraîch und los geht's inzwischen mischen wir uns jetzt schon mal in die trockenen zutaten da habe ich ein bissl zucker da kommt gelierzucker rein zwei zu eins die genauen mengenangaben schreibe ich euch ja wie immer ihr staubt schon wieder in die infobox dann habe ich noch ein bissl vanillezucker backpulver ein ganz bissl nur und der puddingpulver und das geben wir dann auch löffelweise wieder mit dazu ach ich wollte euch ja nochmal was erzählen ich habe ja letztens ich muss nämlich ein bissl abnehmen eine ananas diät gemacht ich habe alles gegessen außer ananas hat aber irgendwie nichts gebracht ach schau doch mal wie schön cremig das wird und das riecht so vanillisch so der teig ist jetzt fertig und das ist echt so schön cremig guck mal der dürfe jetzt nicht zu dünn sein ungefähr so bissl dickflüssig einfach und dann tun wir unseren eischnee schon unterheben warte ich jetzt schon wieder im moment mein teig schaber immer so ein bissl weiss tun wir den da rein weil das ist natürlich gut für die fluffigkeit mensch das wird ein richtig schöner kleiner toller käsekuchen sag ich euch den ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 155 grad umluft diesmal jetzt brauchen wir dann das förmchen und dann tun wir schon unseren teig da rein jetzt tun wir dann noch so ein bissl wackeln und schütteln einmal klopfen und dann habe ich hier noch so ein netzes spengelchen wo gemalt und das nehmen wir jetzt als stabilisierung noch mit an den rand und jetzt geht es schon ab in den ofen die erste backzeit ist rum und jetzt stellen wir unseren ofen nochmal auf 120 grad für 45 minuten nach der letzten backzeit ist der kuchen jetzt noch eine halbe stunde im ofen gewesen tür zu nicht spitzen und jetzt können wir ihn rausnehmen und auspacken musik kein besuch mehr also ist das genau die richtige größe für den kleinen kreis der familie und dann kommen wir auch gleich schon in die küche und machen die nächste kleine lecker torte zu unseren lieben also tschau macht's gut